hallo liebe freunde willkommen zu einem neuen video von mir heute schauen wir uns mal von film arena eine kürzlich erschienene black barons edition an und zwar von es eine sehr coole edition wie ich finde wir können direkt gerne mal mit dem front cover starten wir haben hier einen sehr schönen lenticular effekt wie ihr sehen könnt es gibt auch tatsächlich der ist nämlich nicht exklusiv auf der edition es gibt auch einen spanischen blu-ray schuber der hat tatsächlich das gleiche motiv auch lenti optik davon ist das praktisch entliehen sagen wir es mal so aber film arena macht es natürlich hier richtig gut und hat einen coolen trotz des wechselmotivs einen coolen 3d effekt vor allem wenn ihr hier oben auf die haare achtet sieht echt sehr gut aus finde ich haben sie gut hinbekommen passt natürlich sehr gut auch zum film dann schauen uns einmal ins bein an ist sehr schön texturiert sei jetzt mal in leder ähnlichen optik natürlich kunststoff aber sehr schön texturiert nochmal mit dem es mit dem erd schriftzug blutrot klassiert glossy look passt wirklich sehr gut dazu oben das gleiche unten verkehrt rum unten das goldene black barons siegel sozusagen der holo sticker 500 stück jetzt insgesamt davon und dann noch die rückseite auch in dieser texturierten optik hier der schatten vom es sozusagen von pennyweiß ist noch mal eine andere extra textur gehalten hier nochmal glossy effekt untergebracht und die credits nicht so schön aber gut kann man nichts dagegen machen dann schauen wir uns mal die inhalte an zack kommen wir erst mal zum steelbook ihr habt es am thumbnail schon gesehen ich habe wieder ein bisschen gebastelt das ist nämlich nicht das die book das dabei ist es ist nämlich ein wwa dabei blende ich euch hier oben im eck mal ein hier habe ich aber mir die xavi exklusive variante reingepackt sieht einfach viel viel geiler aus finde ich als das wea stil hier der ballon in glossy gehalten schriftzug in glossy motiv passt natürlich auch ballon motiv perfekt zum slip war prädestiniert eigentlich in meinen augen dass ich das hier reinpackt rückseite in matt hier noch mal mit glanz effekt ist wirklich sehr cool dann die inhalte habe ich natürlich vom black barons slip entnommen haben hier zuerst mal die limitierungskarte wie gesagt 500 stück gibt es zwei sehr coole motive dann schauen wir uns einmal die noch die inhalte direkt an wir haben hier zunächst mal den black barons sticker stevenkings ist 2017 nummer 23 zack dann haben wir hier nah collectors cards in einem sehr schönen folder die sind wirklich auch sehr cool finde ich sie nämlich im postkarten look gehalten passt ja auch zur thematik des films vor allem wer den film von 1990 kennt beziehungsweise die tv serie dem wird das vielleicht bekannt vorkommen hier sehr schön sehr coole der thematisierte postkarten motive noch mal mit anspielungen aus dem film sind wirklich sehr sehr coole motive finde ich gefällt mir richtig richtig gut what the hell is dairy sowas sehe ich da echt sehr gerne freut mich dass es hier ist auch reingeschafft hat dann hier haben wir einmal das innenartwork die discs sind auch sehr cool in ihrem artwork gehalten wir haben hier auch deutschen ton auf der 4k disk wenn mich nicht alles täuscht dann schauen wir uns hier mal nochmal collectors cards ist ja ein xl slip in einem richtig fetten folder hier an ja einmal der seite charakter karten von den hauptcharakteren von dem kids aus dem spiel rückseite ist immer die gleiche aus dem spiel aus dem film spiel keine ahnung wie ich da jetzt drauf kommen muss ja sagen der erste ist hat mir sehr sehr gut gefallen da passt finde ich eigentlich alles atmosphäre passt die kinder schauspieler passen da kann man ja auch oft auf die nase fallen dann der pennyweiß hat genau den richtigen punkt getroffen zwischen wirklich gruselig atmosphärisch und eben dieses zirkushaft clown artige alberne was aber halt in dieses ich sage jetzt mal in diese gruseligen absurditäten transformiert wurde haben wirklich die macher sehr gut hinbekommen geht ja an gewissen stellen relativ weit vom buch weg habe ich aber persönlich kein problem mit dann haben wir hier nochmal charakter karten das ist nämlich das cover von wea fand ich ein bisschen generisch hat mir nicht so gut gefallen deswegen wir haben zwar wieder ein ja qualitativ auch die karten 1 a kann man nichts sagen gefällt mir echt sehr sehr gut die edition ich weiß gar nicht wohin damit auf meinem tisch alles so ich habe hier noch einmal jetzt habe ich jetzt hier tatsächlich die jk die können wir nochmal kurz gucken wir haben hier main feature atmos true hd german englisch french 4k also 4k disc mit deutscher und englischer atmos ton spur besser wird es glaube ich nicht dann schauen wir uns hier noch mal kurz das booklet durch da sieht man auch noch mal einige szenen aus dem film mit englischen texten wie bei filmarena so üblich zum durchlesen die szene fand ich auch sehr sehr cool im film allein wie sie es schon hier mit den mit dem roten ballons mit dem weißen kostüm mit den roten bömmeln sage ich mal dann diese farbgebung wie sie das einfach inszeniert haben fand ich wirklich sehr gelungen der film gefällt mir echt sehr sehr gut der böse gaskart macht seine sache da auch echt gut den haben sie auch echt gut hingeschminkt als pennyweiß den clown der jetzt nicht lächerlich wirkt oder nicht gruselig sondern wirklich authentisch gruselig wie ich finde also echt top noch mal zu den schauspielern ein paar infos genau soviel erstmal zur edition wirklich in meinen augen sehr sehr gut gelungener filmarena release wie gesagt das steelbook hätten sie vielleicht tauschen können ist natürlich auch immer eine rechte sache aber ist ja auch kein problem kann man ja auch nicht mehr wenn man ja für sich persönlich wäre möchte auch einfach auswechseln so wie ich es auch getan habe schreibt mir gerne mal zum film und auch zur edition eure meinungen in die kommentare wenn ihr mögt und ansonsten danke ich euch fürs zuschauen und bis zum nächsten video vor dem tempo vor dem tempo an das war vor dem tempo ich vor als vor der